so so guten morgen der übliche schulprozess haben wir Lichtmauer an und einschnallen 7 uhr 2 nicht 2 uhr ich hab aber ich weiß aber ich dachte es ist 7 uhr 20 7 uhr 20 und wenn ich heute eine 1 und eine 1 kriege braucht man eine lol kugel oder tasche die dichter spielig aus früher hat man da eine 50 Pfenn hier für eine 1 oder sowas da war ich eine lol kugel bei mir 15 Euro ja 15 Euro ey boah nee wahnsinn naja macht mal das habt ihr abgemacht bei mir gibt es sowas nicht bei mir wird einfach ordentlich gearbeitet und das ist es dafür will ich nicht starben ich würde nie betraschen weil dann kann ich mir selbst was aus so wie es das kann warte ja habt ihr auch ein belohnensystem für eure kinder wenn sie gute noten bringen oder so oder findet ihr nicht quatsch wäre auch mal interessant zu wissen und wenn ja welches die macht ihr das ich meine ich finde alles gemacht hat jetzt 15 Euro für das ist ja schon heftig ich war das Geld hernehmen das stehst du mir da und kannst du auch immer nacheinkaufen ja also jetzt sieht das nicht da müssen wir noch ein bisschen warten das geht dann ohne okay ich habe vollkommen wie immer mit 5 1 nach Hause stehst du da auf alle Fälle ist es drin bei ihrem Kopf das ist schon mal Fakt ich meine ich fange ja damit nie an und sie hat mir jetzt schon zum zweiten mal davon erzählt also ist das schon was was tatsächlich irgendwie da ankommt und woran sie wahrscheinlich auch denkt wenn sie irgendwelche Arbeiten schreibt oder so was sie hoffentlich aber nicht zusätzlich unter Druck setzt so im negativen Sinne anspornend ja unter Druck setzen ne wie kann man so beschissen parken ey unglaublich dass man so parkt dass genau da kein Platz ist und genau da kein Platz ist aber Tommi hat jetzt sauber Türen der kommt hier raus der Scheiße steht jetzt hier drin schon ok perfekt nicht mit mir und hier keine parkplätze in der zeit richtig richtig und die parktäne die so beschissen parken und ich habe mich dazwischen gedrängt und ich habe ja kein problem für mich problem für die wahrscheinlich auch kein thema mit dem auto kannst du er zur notvoll hinten einsteigen oder ausstattet sogar mal einer gefragt nach dem jude morgen im laden und schlager zum tanzen lustige musikanten und von meinen bergen das ist wieder was für wolfgang lustige musikanten von meinen bergen und schlager zum tanzen der hat noch kassette mc wolfgang hier geschenke hier lustige musikanten was sagte wunderbar da habe ich hier noch einst von meinen bergen wenn sie das auch gut die noch aber dann ist schluss schlager zum tanzen dann musst du tanzen ja bitte kein problem krisch da ja alle türen du hast ja noch kassette kappler kattet so kupps neuer eine türen Hast du das gleich mitgenommen? Ja. Wer hat das hingestellt? Keine Ahnung. Warum hat das Einer das nur zufällig gemacht? Keine Ahnung. Hast du das Wandflaschen getlauert worden? Wo hat das Einer hingestellt? Die an der Tür? Hier am Boden. Ja, dann ist das ok. Warte mal, erstmal die News. Was? Erstmal die News. Warte die News. News, News, Neuigkeiten. Die News. Erdogan, Islamisten, Gruß am Brandenburger Tor. Warte, soll wieder was los. Eh? Erdogan, Islamisten, Gruß am Brandenburger Tor. Wieso Islamisten-Gruß? Wenn man die Hand so macht, ist Islamisten-Gruß? Islamisten-Gruß. Was für'n Scheiß? Vielleicht machen wir auch so. Ist ja auch so Islamisten-Gruß, oder was? Was sind alle drin interpretieren? Schwarze Kassen, Mobbing, Phantom-Schüler. Was ist denn das? Phantom-Schüler? Was ist das denn? Warte mal. Sätze 2 bis 5. Vier gestreckte Finger, angewinkelter Daumen, so grüßt Erdogan aus dem Auto. Und der EM-Verlierer zeigt Berlin den Islamisten-Gruß. Der EM-Verlierer? Ey, Berlin nicht alle. Ist ja ganz gut so, Junge. 2024 kriegen wir die Europareisterschaft. Berlin, die Kirchen haben wir alle. Und die Kirchen wollten das nicht haben. Oh, ist das schlimm. Klingelt ein nackter Mann an der Tür und will duschen. Lesen Sie mal. Muss ich nachher mal lesen. Ich sage ja, was das heute alles gibt. Wenn wir eine Frau kriegen würden, werden wir die Tür aufmachen. Syrer plante Terroranschlag auf Israel. Affengeräusche und Tiermasken. So wurde Berlins Mobbing-Beauftragter von Belehrern gemobbt. Ach, wer steckte die Clan-Wohnung an der Kantstraße an? Jede Seite hier spickt mit richtig lustigen Themen. Naja, wenn es sowas lustige tippt. Haben sie einen schnellen Wagen in der Hand, dann siehst du rum. Irgendwie los, ja. Da müssen alle fahren. Mann, 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 Wolfgang. Da ist was los in der Welt. Na gut, Wolfgang. Ich mach mal los, ja. Sonst habe ich so viele Aufträger am Ende. Ja. War schon zwei. Ja, ja, ja. Kommt nicht wieder abholen. 17 Uhr, glaube ich. Vielleicht. Ja, aber wenn es was noch kommt, wirst du? Ja, dann brauchen wir halt. Wartet lieber erst mal fertig. Und dann kann man es sich nachher auch nochmal hinsetzen und gucken, oder? Ja, mach endlich. Das ist lose. Sagt er. Ach was. Ist nicht sein Ernst. Kinder sollen die Reparatur von heute werden, die man komplett durchlaufen lässt. Erst mal, ja. Klar. Die Kette muss natürlich gespannt werden. Das kann man machen, indem man dieses Rad nach hinten zieht. Wie genau das funktioniert, habe ich schon mal in anderen Videos gezeigt. Zudem soll ich aber auch den Reifen tauschen und deswegen baue ich erst mal das Rad aus. Das ganze zeige ich jetzt wieder von vorne bis hinten. Ich hoffe, dass ich nicht so oft unterbrochen werde. Aus dieser bekannten, äh, die Schuhe kann man eigentlich ganz viel sehen. Also viel Spaß. Viel Spaß beim Schauen. Viel Freude. Was sagt man nun mal? Viel Glück. Viel Glück zum Licht. Oh, zack. Viel Glück. Man. Er kriegt die Krise hier mit dem Ding. Er ist ja eine Action-Kamera, aber so oft wie sie voruntergefallen ist, reicht das langsam. Man, das funktioniert so nicht. Sie muss durch den Mittelpunkt hier. Durch den Mittelpunkt. Hier schon. Durch den Mittelpunkt. Kein Gefühl für Raum und Zeit. Dann kommt Licht. Und ein Känguru. Und ich weiß, ich bin zu weit. Zeit. Zeig mir den Weg da runter. Hehehe. Ach, Lüffe. Voll an ihm getreten. Fast hoch noch. Ist das okay so? So. Ich habe jetzt oben den Haken gedreht in der Decke, wo die Lampe dranhängt, die die ganze filmt. Action-Kamera hin oder her? Ach. Achsmutter lösen. Zweiter Achsmutter lösen. Links. Rechts. Gegenklopfen. Eigentlich. Habe ich schon geschaltet? Ja. Ach. Ach. Okay, ja. Ach. Schaltung aus der Hand. Kette ab. Hinterrad raus. Luft raus. Weife runter. Und das fühlt mich gleich zur Beantwortung einer Frage und zwar ein guter Winterreifen. Will nämlich der Herr auch haben, der möchte den Winter durchfahren. Und ich empfehle da den Marathon plus Tour. Er gibt aber auch den, der ist nicht ganz so schwer, der ist ein bisschen schwerer, der heißt, wie heißt er denn? Marathon Xtreme Double Defense ist der, also der Nachfolger von Marathon XR, der ist auch ganz geil, weil er hat nämlich ein vernünftiges Profil so ein bisschen und ist verstärkt. Die sind ganz gut. Die sind natürlich alle ein bisschen schwerer, die Reifen, aber so ist es halt. Spike Reifen würde ich nicht empfehlen, weil die auf Asphalt, also wenn man nicht durchgängig Eis und Schnee hat, auf Asphalt reißen sofort die Pins raus. Und das ist scheiße, die kann man ja nachkaufen bei Schwalbe, das wissen die auch schon, warum. Weil die eben dauernd rausfallen, bei jedem mal bremsen, wenn du so ein bisschen rutscht oder so, dann auf Asphalt oder über eine Wurzel rutscht, dann reißen wir die Pins raus. Das finde ich nicht gut. So, Talkum kommt hier rein, mein guter Talkum, die Frage habe ich ja beantwortet, aber ich sage es nochmal, immer in so neuen Reifen, wenn er noch ist, dann kleben die ja von innen so ein bisschen. Gummi an Gummi, rutscht halt nicht so gut, also nimmt man als Trennmittel Talkum. So, auch hier, Talkum sei nicht stumm, nimmt Talkum. Mensch, der Torsten, der lässt sich ja nicht mehr blicken, um wegen dem BMX-Rand mal zu sagen, ja, der Torsten, der ist in letzter Zeit nicht mehr hier, wird der jetzt Vater jeden Moment. Also, das kann durchaus sein, dass jetzt soweit ist, dass sie da ein bisschen krummuseln gerade. Und deswegen bitte ich um Nachsicht, ja. Falls jetzt nicht gleich eine Antwort kommt oder ein Ergebnis oder was auch immer. das war auch letztes Mal schon so schwierig, da wollte er auch jetzt verkaufen und sollte man sich nicht ganz so große Hoffnung machen bei ihm. dreimal will er verkaufen, mal nicht und das ist nochmal schwierig. Da sehe ich mich da so gut wie möglich raushalten, ehrlich gesagt. so weit wie möglich. Ich spreche ihn drauf an, wenn er kommt. Moment. Ich deute ihn drauf an. Politisch korrekt wahrscheinlich. nicht. Nein, wie ist denn los? Na. So, das war schon jetzt wieder der Einbau. Also, Teigung war drin, Reifen haben wir aufgezogen, ist ja nichts besonderes eigentlich. Trotzdem zeigt die Reparatur gerne hier. Jetzt wieder der Einbau. Der Draht so einhängen. Zack. Jetzt nehmen wir wieder den Zug hier. Ich mache es mir einfach, deswegen hänge ich es ein. Weil viele kommen ja mit diesem Zug einhängen nicht klar. Ich finde es sehr simpel, wenn man so mal einfach bin. Ich habe da nicht gesehen. Wenn nicht, dann zoom dran. Ich zeige es bestimmt mal öfter und habe es auch schon öfter gezeigt. Jetzt hänge ich hier die Kette wieder auf. Lege ich drauf. Vorne lege ich sie dann später auf. So, jetzt. So. Handball. Dann haben sie wieder eingehangen. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt wird alles eh mal angezogen. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig, ne? Dann haben wir die Kette hin. Dann werden wir das jetzt auch hier auf. Dann können wir das auch hier pompt. Und dann werden wir das auch hier vom. den machen wir auf 4,5 jetzt spendieren wir noch ein kleppchen woher der rollt und jetzt kommen wir uns um die kette kurz also, hell off die wchen wir sie sind und jetzt spinen wir uns um die kette und jetzt also zu bs die kette ist hier die kette ist drophen wir zu bs so und jetzt dちゃun so die drahtbürste jetzt kommt zum auswaschen öl das bräuchte nur zum auswaschen immer weiter drehen damit es nicht in die lager läuft und dann machen und holt den ganzen scheiß da raus so so So, Charles, ich meine, die Kette an, die ist auch zu neu. Ja, ich würde das nicht hören. Ich würde das nicht hören. Ich würde es nicht hören. Sehr gut, es ist ja auch. da kommt immer noch so zeug raus super blank schön das fett kann wieder dahin wo es hin soll den vorgang kann man jetzt so lange wiederholen natürlich wenn man nicht so wird es ein gerad ist wenn man es jetzt nicht gibt und bezahlen muss weil dann ist es fast günstiger eine neue kette hochzumachen so lange wiederholen bis man durch den lappen zieht und dann kein direkt mehr drin hat normalerweise müsste man die kette unternehmen und einlegen in ölbad über nacht haltet mir lieber und jetzt mal ketten vlies fett drauf das muss ich jetzt erst mal verteilen ein bisschen oder man lappen nehmen alles was jetzt von außen dran ist quasi zu viel ist jetzt auch noch mal wieder runter da kommt der noch mal ein bisschen direkt mit raus immer und da gewiss sein dass da genug fett dran bleibt an den stellen muss sein muss was mich zur nächsten frage bringt rost kette winter es gibt nur eine lösung sauber halten und immer leichten ölfilm darauf zu haben im winter musste nach jeder schneefahrt eigentlich ja weil durch schnee und salz durch dieses wasser und salz wird die für die kette ausgewaschen das ganz normal dagegen kann man nichts machen man kann wirklich nur entweder was eine edelstahlkette die gibt es ja auch ansonsten grundsätzlich gilt die gelenke der kette sind sehr anfällig gerade im winter und da muss man das sollte immer geschmiert sein da wird eine dauerschmierung kein dreckfilm wohlgemerkt also nicht in der dreck schmierung also immer dreck wenn öl wieder drauf direkt und öl wieder drauf direkt und will wieder drauf da muss man tatsächlich pflegen wenn du ein gutes rad hast ein sehr gutes rad dann machst du jetzt sowieso nach jeder fahrt also habe ich gemacht bei meinem wenn ich dann mit meinem dirt bike unterwegs war auf den auf der dirt strecke oder so wo sandig staubig ist im sommer habe ich das jedes mal sauber gemacht jedes mal wenn ich kam habe ich die kette also muss nicht die traktor sauber machen aber die kette den antrieb den musste schon von dem feinen staub befreien ist ja da so ein leben boden das ist ja da wenn der trocken ist ist ja furchtbar klebt ja wie so das war die reparatur für heute in voll in echtzeit koffert hat euch spaß gemacht wie gesagt die bremse läuft alles anders und sie wollen gleich wieder bei einem ganz normalen blog also bis gleich oh man ich habe gedacht wir nur ein schlaufwechsel hier aber da muss der reifen hoch guck ich habe jetzt ein gebrauchte reifen reine macht aufgezogen wollte erst morgen bei greifen aufziehen aber wieder nicht den hatte ich nur da inseln kann ich aber nicht machen weil es ja diese kacke schieberbremse da kannst du keinen grobstolle ruf machen das ist das heute noch so selten reingetan die daten kann man nicht machen weil dann machst du einen überschlag dann bremst du auch immer ja zu oder reißt dir die bremse halt auch raus vorne jedoch kampfgewicht des fahrers na und so wird aus dem simplen schlauchwechsel hier reifen tauschen bremse einstellen bremshebel festschrauben alles ohne dinger alles nebenbei und alles ohne aufpreis festschrauben alles ohne dinger festschrauben alles ohne dinger Und die waren halt alle echt einfach gewesen und dann bin ich gleich schon wieder angekommen bei der Dekra und krieg schon wieder so ein richtig schweres Ding, kann ich mir auch denken, jedes Mal das gleiche, da schwerer, aber auch ein bisschen leichter, die werden einfach. So, reanimiert die Bremse, ich hoffe das funktioniert. Quetschhülse, 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 Zugenthülse, so eine schöne, glatte, so ein Propfen. Propfen? Also ja, das andere wäre Propf. Anschlaghülse oder keine Kappe? Nee, nee, die kommt, das passt hier nicht drauf, ne? Nee. Nee, nee, ist nur davon, dass sie drauf so ist. So eine... Anschlaghülse. 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 Ja. Das wäre noch viel fertig. Eine? Nee, ich hab eine reicht. Na, der andere? Nee, die eine reicht. Eine hatte ich schon. Eine war dabei. Komisch, ne? Na, eine. Und wenn gleich mitbekommen, oh. Cool, der Lager ein bisschen im Arsch. So, also du hast gedreht, dann ging es auf einmal nicht weiter zu drehen und dann... Ich finde, da hört er sich auch so an deinem drehen. Was ist denn da da hier drin? Die schlefft hier nicht nirgendwo. Was? Das sieht voll so an, war? Ja. Nischt. Krass. Wird über die Gabel und dann noch das Schutzbrich übertragen, ne? Cool. Oh, gut. Ja, ja. Ohne niedliche Schmierung seit Jahrzehnten wahrscheinlich. Keine Glühbirnen, weil... Nicht mehr. Unzulösen. Nicht mehr, ne? Nein. Nein. Ne, sonst haben wir einen Upfand. Ja? Ja. Ähm... Sprechen Sie Englisch? A little bit. Yes. Ähm... The chain of my bike is always going off. Aha. Ähm... Yeah. I need to fix it. Zunächst mal angucken. The chain of her bike is going off. I think maybe it's too loose. Das is the chain of Deutsch? Kette. Kette. Okay. Die Kette fällt runter. Ja. Willst du mal gucken? Haha. Danke. Ja, komm. Komm, komm. Ja, wollen wir mal ein bisschen angeln, den jungen Mann. Das ist eine junge Dame, sie lächelt. Das ist ein bisschen angelt. Und... Und... Das ist ein bisschen angeln. Was ist das? Das war schon? Das war jetzt nicht wieder da gewesen sein. Ach so? Zum abhaken? Neee. Einfach mal um euch wieder was zu sehen. So ein Etabenziel oder? So ein Etabenziel. Ja, lag ja mit auf dem Weg. Ja, liebe Leute. Jetzt hier. mein persönlicher albtraum licht läuft nicht ich habe schon diese lampen abdeckungen und auch die vordere abgebaut die glühungen gegen neue ersetzt weil die hintere war durchgebrannt es funktioniert trotzdem nicht mit einmal nur plötzlich laut aussage jetzt prüfen wir mit einem phasenprüfer ob der dynamo überhaupt noch strom sparen ausgibt so zu sagen aha ist ja so schon sehr wackelmütig es liegt am dynamo der hat ja nicht mal durchlassen wir bauen den dynamo ab normalerweise sollte das piepen wir bauen jetzt einfach mal den dynamo ab und dann mal schauen ob es das schon war also der neue dynamo ist angebot da ist er da muss man den dynamo laufkappe ruf und ansonsten aber läuft da vorne jetzt haben wir noch so eine laufrolle da stecken wir ruf zack jetzt wird er noch richtig eingestellt jetzt wird alles noch richtig festgeschraubt und dann ist das nun die kappen ruf hier habt ihr kappen ok das war etwas schrauben am dynamo fantastisch mensch wenn es so schnell geht dann ist es noch ja irgendwann bedrückt dich was ist los deswegen hätte ich so ein system nicht eingeführt ganz ehrlich ja ich hätte da mal nicht so zwischen das ist natürlich auch schlimm fragt was ihr habt ja auch so ein krimskranz ne krimskranz aber auch habt ihr auch Messer die so in der Hülle sind Waffen eine Art also ein Foto so ein Deich oder so für ein Foto für ein Foto ja willst du das Laien ja im Grunde genommen ja also ich frage eine Freundin sie sucht so ein echtes Messer und wie lang egal mal gucken was er da macht tju ich freue mich zusammen was draußen ist weil es wird dunkel so 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 eine 26 20 zoll schlauch bitte letzter auftrag heute halb neun da müsste noch der original schlauch drin sein von tanbeginn schauen wir mal was da für ein mantel für den schlauch drin ist achso zeigt gar nicht was ist denn jetzt ja no name no name schlauch die kann es nicht sein naja machen wir einfach mal ein Neun drin und gut ist es meine familie sitzt oben und sind schon im bett anook ist wieder unterwegs aber es ist furchtbar die ist nur unterwegs die ist nie zu hause die schlimm in dem alter also die ist halt immer eingeladen überall jetzt ist sie wieder unterwegs bis sonntag wieder die ist nach Hause gekommen anschlag halbe stunde später war sie wieder weg ich sage wie alt ist sie jetzt acht zehn euro später und soll nicht werden in der welt zu hause oder wie oder papa arbeitet hier und arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet so ja gleich fertig dann schließe ich die räder an draußen und dann ist feierabend schön gut mit dem aufbumpen verabschiede ich mich von euch schön dass dabei sein schön dass er zuschaut schön dass ihr euch jeden tag den gleichen scheiß antut aber ich mache es ja auch hier kriegt es in komprimierter form um die ohren geballert immerhin also heute war wirklich nicht so viel los aber schon mehr als gestern ich meine gestern war ja noch mal gar nicht so dann haben wir das mietrad nämlich auch wieder fit kann morgen vermietet werden ich wünsche mir dass morgen vermietet wird dass morgen alle räder vermietet werden morgen samstag morgen muss ein richtig cooler tag wieder werden alles voll alle vermieten zack 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 alles weg das wäre cool würde ich mich freuen so ein bisschen umsatz umsatz fahren so zu sagen nicht läuft vor fantastisch das läuft hoch standard ist gut also macht's gut wir sehen uns morgen bis dann ciao habt noch einen schönen freitagabend